Georges Duroir, du siehst furchtbar aus. Wie wär's, wenn wir was trinken? Ich hoffe auf mehr Glück in Paris. Du hättest dir keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Paris ist voll von Geld. Wie wär's, wenn du bei uns dinierst? Dann lernst du meine Frau kennen. Wie ich hörte, sind sie gerade erst aus Nordafrika zurückgekehrt. Ein attraktiver, junger Soldat. Einsam, voller Heimweh. Aber wir könnten sie einsam sein. Die wichtigsten Menschen in Paris sind nicht die Männer. Die wichtigsten sind deren Ehefrau. Was interessiert sie? Eigentlich alles. Machen Sie Madame Rosé ihre Aufwartung. Sie mag sie. Gut. Was führt sie hierher? Wann kann ich sie wiedersehen? Ich hab dich so vermisst. Bellamy, ich glaubte schon, sie hätten mich vergessen. Georges. Sag dein Mann dir, dass du wunderschön bist. Ich hab dich in mein Haus eingeführt, hab dich bewirtet, dich eingekleidet. Und wie zahlst du's mir zurück? Wer war es heute? Claude Hild oder Virginie? Oder beide? Warum kommst du zu mir zurück? Ich weiß es nicht. Ich war so ein Narr. Bellamy. Ein gescheiterter Soldat mit wenig Bildung. Er sagte, dass sie nicht viel zustande bringen würden. Raus aus meinem Haus! Raus hier! Du dummer Mann. Du vollendeter und makelloser Mann. Sie trauen dir nicht. Verstehst du denn nicht? Ich hab dich geliebt, als du nichts hattest. Es reicht nicht, geliebt zu werden. Ich sehe es ganz klar vor mir. Es gibt kein nächstes Leben. Doch ich werde leben. Leben.